Musik 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 Kieren wir rein in das Video Okay Aha Okay, jaja Dieser Summer Wipe Moin Moin und rein da Abfahrt Sprüh Sahne in die Nase Bah Das hält never Vertraue mir Bro Digga Es hält Nicht Bruder Charlotte Ich schwöre Oh mein Gott Digga du steigst nur hundertmal rein Dass du zu Kevin jetzt gehst Dann geh doch zu Kevin Wir geh doch zu ihm Sorry Jetzt ist der Faden geplatzt Digga Du schreibst uns zum hundertmal gerade rein 1,77 Aber der einzige wirkliche Teil ist das Papa Platz Aber das versteht keiner Der Mann ist zwei Zentimeter größer als ich Digga Es ist so viel Bro das ist nicht Genau so Der Mann Chat Ich bin über vieles lässt sich immer streiten Wisst ihr was ich meine? Zwei Zentimeter sind über viel Zwei Zentimeter Das ist Unterschied wie Tag und Nacht Ich finde es weißt du so ob Wenn man sich über die Optik von jemandem streitet Das ist wirklich immer Geschmackssache Aber ich finde Körpergröße ist leider echt was so In der Menschheit Das ist leider so eine dumme Eigenschaft für die Kannst du auch nichts Aber die entscheidet schon ziemlich viel ne Mit 1,77 Da machst du halt dein Bild mit dem Zwölfjährigen Und der ist halt einfach größer Guckt euch das mal an Auf dem Bild sieht Kevin aus Als ob er 1,45 wäre Es ist schon krass Es ist schon wirklich verrückt man Aber auch nur weil er so jung ist Ich hab ja ein Paket von Raze heute bekommen Ich spiel die ganze Zeit mit meinem Getränkehalter Die ganze Zeit Wallah ich spiel damit ich dreh das Ich guck einfach Der hat einen USB Eingang Boom 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 I want you in my room Das ist leider great Ein Charging Pad Chroma Das ist kein Getränkehalter Das ist hart Das ist richtig hart Die Schere Leute Ich kann es jetzt sagen Weil es ist verjährt Es ist eine Straftat Ich hab diese Schere Neumünster Outlet Verjährt Center Bei Maché Geklaut Weil die hatten so Pizzen Die hatten so Pizzen Und das ist die perfekte Pizzaschere Die ist wirklich für Das ist eine Pizzaschere Die ist crazy Aber es ist jetzt keine Straftat mehr Ich wusste auch nicht wo man die kaufen kann Ich hab die einfach mitgenommen Perfekt Mann 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 Das kann ja nicht sein Einfach krank man Ich hab schon angefangen Gemüse zu essen Ich nehm jeden Tag die fünffache Dosis Vitamin C Das ist krass Krass Digga der kotzt einfach Guck mal Ich hab schon hier Und dann können wir wieder Gänsehaut Einer schreibt Erika Besserung Schüppelsinn Komm schnell schnell Komm Das Dorf gehört schon ihm Bruder Das Dorf gehört schon ihm Es ist schon seins Das ist wie Buxtehude Monte Bruder Egal wo der durchrennt Alle Leute grüßen wir Was sag ich mir lieber Das hätte ich auch ein Jung sein können Ja Hallo Oh Ich bin Ich bin Ticker Hallo Ticker Ich wüsste es ja nicht nur mal Habt ihr es gerade geahnt? Jedes Auto an dem ich da gerade vorbeigehen gefahren bin Er hat mir gerungen Digga Ja Oh 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 Let's use that Ich dachte der Willi läuft erst mit ab Nürnberg Warum war denn der jetzt schon gerade hier im Video zu sehen? Oh 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 Das ist verrückt Also das Das offiziell Raumschiff Tschüss Oha Fühlt sich so an als ob du einen Fisch gefangen hast Geil oder so Carp hunting hier Danke an die Männer Die haben schöne Nudeln gemacht mit Pistote und Fisch Du musst ein Thunfisch sein Immer das gleiche Da kann er doch jede Proteinquelle reintun Warum denn dieser hässliche Thunfisch? Ich spreche mit meinem Schweinehund crazy Ich hab ganz jetzt zu ihm gesagt Das ist das Das ist alles was du hast Das ist alles was du hast Das ist alles was du hast Kein Schweinehund Der ist schon längst tot Der hat seinen Der hat seinen Schweinehund Aufgehangen Hingerichtet Und er hängt jetzt nur eine Leiche Und er schreit die ganze Zeit an Das ist alles was du hast Das ist alles was du hast Der ist tot Ada Macher Der Schweinehund kann dir nichts mehr anhaben Ada Du hast ihn getötet Ich komm reingesteppt digga Boah Digga Schau euch die Socken an Digga Sieht doch super aus Ich weiß gar nicht was ihr habt alter Lass mal die Hose runter Darunter habe ich noch Meine schöne Meine schöne gepolsterte Hose digga Ey du willst doch Gixsen oder nicht? Ey können wir vielleicht ein Foto machen digga Ich bin dein größter Fan alter Ich hab alles bei ZENKPLUS über deinen Code Gixsen Gestellt Können wir machen? Machst du das Foto ich bin aufgeregt Ich zitter Was? Bitte sagen du Halt die Sch*** auf deine Mutter Geh Bum bang bang with your buddy Kommt das gut? Mit meinen Hosen trägern Es war einmal ein alter Mann Der in Buchstuhude lebte? Der in Buchstuhude lebte? Der in Buchstuhude lebte? So Oh ne ne Oh Das ist ein Die Schlange gibt Ne Auf keinen Fall hole ich mir dann Spaghetti Eis Da stelle ich mich nicht an digga Oh ist das eine Kacke digga Auch geil dass die Sonne überhaupt noch raus gekommen ist Nachdem es vorher angefangen hat zu regnen Sonne, Spaghetti Eis Gute Laune Perfekt Digga weißt du was? Also Eastblock Boy Nimm's mir nicht übel Was du reinschreibst Wirklich du bist 14 Jahre alt Einfach rausziehen Beste Methode Digga du bist so weit entfernt Wirklich Das einzige was du einfach rausziehst Ist nach einem guten Morgen Herr Müller Das Mathebuch in der ersten Stunde Bitte Also mehr ist es nicht bei dir Sorry Muss ich mal Muss man mal Muss man gesagt haben Ehrlich Also Bro Wie ist das mit dem G-Punkt? Gibt es den wirklich? Bro er ist für sein privates Interesse da Bro Aber Da drehe ich den Kopf noch mal ein bisschen lauter Da höre ich jetzt mal zu hier Also ich sag so Ich glaub den auch nicht gefunden Leute Guckt euch die Plauts an Von Papa Glatte Da guckt doch was raus Ich glaub nicht daran Also ich sag ehrlich Ich glaub nicht daran Gute Frage Hast du ihn schon gefunden? Nein Man oft gerade erwischt G-Punkt Gibt es den wirklich? Gute Frage Hast du ihn schon gefunden? Weiß ich nicht? Weiß ich nicht? Nein Also es gibt da auch Mythen drum Das ist irgendwo anatomisch Da so ein Punkt Ich bin sehr gut informiert Egal was sie sagen wird Es ist gar kein G-Punkt Es ist mehr so eine Art G-Fläche Und die fühlt sich so leicht rau an Alright? Ich weiß wovon ich spreche Chat Watch this Ich würd sie jetzt sagen Es haben hier tatsächlich schon Frauen Von ihrem G-Punkt gesprochen Ich glaub an diesen G-Punkt nur so halb Wenn die eine Frau den hat Bitte Dann darf er auch bedient werden Aber Ich kann ihn in der Untersuchung nicht finden Aaaaah 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 Da kommt echt was Das kannst du auch Aua Herem 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 ich hab mir mal das Herz abgekauft Herem 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 Der hat lauter gestellt Wieso F*** meine Ohren Hä? Was ist denn hier? Hä? Guck mal Hä? Ich hab eben eine Doku geguckt über den Der war Türsteher und so Guck mal Guck mal Der war Türsteher und so Ich hab eben eine Doku über den geschaut Wie er Leute geschlagen hat vor der Tür Guck mal jetzt was passiert ist Digga was geht da links ab? Hallo Jungs Bitte Ich bin gespannt Oh Bro Wiesst du was? Hey 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 Bruder Woah 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 Das Spiel ist sehr lustig Ich gucke mir immer die Streams an Von Gigant Wo der spielt Sehr lustig Der spielt Muss man sagen Ja Ja Geiles Video Geiles Video Erstmal einen Like da lassen So Und ähm Ehe lässt auch einen Like da Und äh Dann sehen wir uns morgen Zeig mal ein Video auf diesem Kanal Haut rein Tschüss Spannende Ich gucke viel Ich gucke mich